herzlich willkommen auf meinem kanal heute geht es um ein kleines feststehendes messer dem ich nicht widerstehen konnte wir haben hier erneut eine zusammenarbeit von sibibi und ostapel der bereits für das design das sibibi kiwi verantwortlich ein schönes kleines interessantes messer hier handelt es sich jetzt um das sibibi minimis ein sehr passender name auch in diesem entwurf stecken wieder jede menge kleine raffinessen die sind auf den ersten blick vielleicht nicht gleich ersichtlich aber darauf gehe ich dann gleich ein jetzt geht es erstmal direkt um die messerscheide aus kydex die ist nicht nur sehr sauber sondern auch absolut passgenau verarbeitet das messer rastet hier sehr sauber ein dann ist der widerstand beim ziehen als sehr angenehm zu betrachten ja hier ist eine kleine daumenrampe das erleichtert die ganze sache ansonsten haben wir hier einen clip der hat eine sehr gute spannung baut auch schön hoch auf das heißt wir bekommen den locker über den saum der jeans tasche der ist vielfach umsetzbar tipp ab rechts links tipp down rechts links ja verschraubt ist das ganze hier mit sechser torx man kann das minimis auch als neck knife tragen sibibi liegt hier eine kleine kugelkette bei was mir persönlich gut gefällt hier sind zwei löcher nicht nur eins das heißt das messer bleibt beim tragen in position ja das ist jetzt auch nicht selbstverständlich wie gesagt bei einem loch baumelt es dann doch immer so hin und her so ist es eindeutig die bessere lösung was auch sehr schön ist das ganze ist hier ein sehr schlanker aufbau wenn man sich den clip jetzt wegdenkt sind das gerade mal acht millimeter also für die hosentasche oder als neck knife wirklich ideal ja dann kurz noch zum gewicht der kydex scheide das sind mit clip gerade mal 16 gramm ohne clip und die verschraubung sind sogar nur noch 10,5 gramm also so gesehen nichts diese kette wiegt etwa acht gramm also absolutes leichtgewicht wenn man ganz genau hinsieht hier ist noch ein kleines drainage loch ja das hätte ich mir eigentlich gerne hier im vorderen bereich gewünscht aber das ist jetzt jammern auf hohem niveau ja das ist für mich auch so gesehen der einzige kleine kritikpunkt also ich habe sonst nichts gefunden die kydex scheide weist meines erachtens ein nahezu perfektes konzept auf gut kommen wir zum griff man könnte jetzt denken dass dieser griff unbequem ist zu schmal zu kurz erinnert optisch so ein wenig an ein eisstäbchen aber ostapel hat hier gezaubert durch ein paar kleine kniffe hat er es geschafft eine gute handlage hinzubekommen dieser teilweise skelettierte griff ist gerade mal 69 mm lang etwa 16 mm hoch und drei millimeter breit ohne lanyard ist das ein drei finger griff zum thema lanyard sage ich dann gleich noch was kurz zur beschriftung auf der linken seite etwas vertieft ist hier für sie wievielverhältnisse relativ präsent das logo das kennt man auch ein bisschen dezenter auf der rechten seite steht dann etwas kleiner ostapel design und aufgrund der schwarzen beschichtung schwer lesbar noch die stahlangabe 10 cr 15 co mov jetzt zum griff konzept das minimis greift man intuitiv weil einem fast nichts anderes übrig bleibt man umschließt es hier mit den fingern und ja das legt sich dann hier so rein die kanten sind alle angefasst das heißt es ist trotzdem bequem passt wirklich wie angegossen man greift es eher nicht in der handinnenfläche also das ist eher plan b ja ich finde es ist trotzdem insgesamt sehr gut gemacht wir haben zudem drei chimpings die exakt an der richtigen stelle sitzen hier ist ein chimping im vorderen bereich bei diesen leicht angedeuteten guard hier hinten ist noch ein chimping und hier oben erstreckt sich ein chimping vom griff bis fast in die mitte der klinge auch das ist ergonomisch wirklich gut gelöst weil der daumen wirklich da auch hin möchte zudem hat er noch raum seine position bei bedarf zu verändern schöne sache wer möchte kann den griff noch durch ein lanyard erweitern die fangriebenöse ist hier mit 8 mm durchmesser mehr als ausreichend dimensioniert sie wie hat zudem mit gedacht und hat noch ein kleines lanyard mit einem titan beat beigelegt das nennt sich dann hier sie wie die pearl ja durch diesen kleinen beat kann man dann den kleinen finger auch noch unterkriegen also das würde dann ungefähr so aussehen ja ich muss sagen für so ein kleines minimalistisches messer ist es ein extrem ausgereiftes gut durchdachtes griffkonzept gut kommen wir zur klinge die droppoint klinge weist hier bis zu dem kleinen guard eine länge von 57 mm auf effektiv liegen wir hier bei 50 mm hier ist eine kleine schleifkabel klingenbreite liegt hier bei 2,9 mm im bereich der spitze sind es 0,8 mm ja ausreichend stabil dann ist das hier eine klingen höhe von 17 mm ein komplett hochgezogener und sehr sauber ausgeführter flachschliff ich habe an drei stellen hinter der schneidphase jeweils 0,5 mm gemessen also ein richtiger slicer klingenstahl ist wie vorhin erwähnt der 10 ca 15 co mov der wurde hier auf 59 bis 61 hrc ausgehärtet ja also gegen diesen stahl gibt es nichts einzuwenden wird gerne mit dem vg 10 stahl verglichen passt von meiner seite hier am klingenrücken das bereits erwähnte jimping nicht aggressiv verleiht grip wirklich gut gemacht und auch dezent also es fällt eigentlich fast nicht auf ja schön gemacht auch dieser übergang von der klinge zum griff ist wirklich sehr gelungen das klingenfinish ist in diesem fall black stonewashed das minimis gibt es auch ohne diese schwarze beschichtung dann ebenfalls in einem stonewashed finish ja kann man sich dann entscheiden kurz zum gewicht das messer wiegt gerade mal 27 gramm und ohne diesen bead ohne das lanyard sind es dann sogar nur noch 24 gramm das heißt mit der messerscheide je nach persönlichen tragevorlieben also mit oder ohne clip mit kette ohne kette oder vielleicht auch mit clip und der kette zusammen liegt man dann bei einem gesamtgewicht zwischen 35 und 50 gramm also mir persönlich gefällt das sehr gut ja ist einfach ein tolles kleines messer was soll man das sagen das passt eigentlich alles ich denke mal das wird ein sehr kurzes fazit mein fazit das minimis ist wieder so ein messer bei dem man die liebe zum detail erkennt da stecken viele sinnvolle ideen drin das ist ein komplett überzeugendes gesamtkonzept von der messerscheide über den griff bis hin zur klinge gibt es fast überhaupt nichts auszusetzen ja als kleine abrundung noch dieser kleine titan beat es passt also wer einen kleinen minimalistischen begleiter für den alltag sucht der kann sich das minimis mal näher ansehen der preis liegt um die 60 euro geht auch in ordnung geliefert wird es in dieser schlichten weißen box innen ist noch ein bisschen paperwork dann noch ein aufkleber und ein pflegetuch diesmal ist keine tasche oder pouch dabei finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm ja mein minimis habe ich von der altona silberwerkstatt kann ich wirklich mal empfehlen man bekommt diese persönliche grußkarte das ist immer eine schöne sache dann eine knife launch aufkleber ein bisschen nervennahrung ein first blood pflaster also das passt auch da kann man nichts sagen wenn ich schon mal bei empfehlung bin möchte ich auch gleich den youtube kanal der altona silberwerkstatt empfehlen verlinkt euch mal das video von der maxi zum sie wie wie minimis hier ja tolles video toller kanal zu sie wie wie möchte ich noch sagen das ist jetzt mein drittes wie wie nach dem kiwi und dem apalachian drifter das minimis ich denke dabei wird es nicht bleiben da kommt bestimmt noch einiges zusammen okay dann war es das vielen dank für eure aufmerksamkeit ich wünsche euch alles gute bleibt gesund bis zum nächsten mal und